Junge, so ein hässlicher Kackdreck. Eigentlich wollten wir jetzt Pferde suchen gehen. Er ist so ein hässlicher Scheiß. Immer wenn man es eilig hat. Fech dein Holz. Eine neue Tür brauchen wir auch noch. Und Blascheiben glaube ich auch. Das ist ein Scheiß. Ich musste da vor unserer Tür die Goodly Deckel aufmachen. Weil da ist jetzt schon wieder so hoch Wasser vor der Bude. Alter nicht, dass hier gleich alles voll läuft. Also das wäre jetzt eigentlich nur schlecht für Minecraft. Weil dann wird hier Minecraft ausfallen. Aber... Naja. Ja. Hast du wieder repariert da? Ja, nicht ganz. Ja. Es ist so ein Scheiß. Wie ist das? Das ist so ein Scheiß. Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Das ist ein Geiß. Wie ist das? Was ist das? Wie ist das? Wie ist das? wie ich einfach nur regen hasse schnell geht auch nur aber regen mehr in dem verhältnissen wie in diesem jahrhundert mehr unmöglich aber wir hatten ja schon dreimal überschwemmung das haben wir so ab in den wald ein sound fehlt noch aber erstmal so lassen hat kommt der kackstift das heißt haben wir schreibt da mal kackstift dran und nicht sammel point hast du eine axt bei warum für bäume sind für pferde unterwegs werden aber eigentlich mal leder mitnehmen sollen also wir hätten uns eigentlich schon sattel kraften sollen und heu mitnehmen sollen das machen wir glaube ich lieber aber ich glaube nicht dass wir leder haben ja gucken weiß man weißt du wie man sattel kraftet aus leder scheiße warte sattel kraft ja für einen sattel braucht man zwei eisen und wie viel leder zwei eisen und fünf leder für einen sattel fünf leder ja können vergessen ich glaube noch nicht mal das verein ein leder haben wenn null leder haben wir vier haben wir sechs kühe oder so ja genau schlacht immer alle kühe bis auf zwei vielleicht ist ja leder raus aber wir haben die haben nie im leben so viele kühe doch schon so ein bisschen ich mach mal alle kaputt bis auf zwei die hat gar nix gedroppt die hat leder gedroppt ein ne bestimmt ja hat ihn drauf geguckt jetzt junge alter überlebt mal wir brauchen zehn leder scheiß drauf scheiß auf den sattel das kommt der später dann die hat zwei leder gedroppt oh das war jetzt man kann glaube ich auch so auf auf den dings sitzen auf fünf leder habe ich ja sauber fünf leder hast du weizen mitgenommen ne ist da vorne an der erntemaschine ja wohl ich kurz dann zwei stecks weizen übertreibt wir müssen ja auch noch brote machen junge ich habe ofenkartoffeln bei so ja ich stehe mal vor wir sind in der pampa alter nein das kann ich mir auch kein dings machen weil ich hier kein eisen habe hier unten zwei stecks gilt eh nicht wir haben nur eins egal ich wollte das leder hier reinkommen wir suchen erstmal ja du kannst ja an der leine nehmen und den anziehen das wichtigste sind halt möhren kartoffeln oder weizen ja oder halt äpfel die fressen halt alles ja schweine kriegst du irgendwie nur noch mit karotten ne ja fuck kacke ey wo findet man denn die wo findet man die eher eher so im äh im dschungel ne ne soll ich mal gucken oder in der ja guck mal ob eher im dschungel oder in der steppe oder so wo spawnen pferde die meistgestellte frage ey ich würde eher sagen in so wüstenregionen ne ähm du findest pferde meistens im waldbion äh bionen oder auch ähm warte wo sehr viel gras wächst ja das pferde hier dinge sind das eigentlich voll selten ähm nur in ebene mit flachland und wo ganz viel äh Gras ist also wo schnee ist gar nicht ne ja das sind wir genau falls ja komm mit wo bist du denn du bist schon weggelaufen hier jetzt hab ich natürlich hier minimap nicht drin ja auch nicht wenn wir gucken können wo wo schnee liegt und wo nicht aber guck mal hier ist überall flach ja hier zum beispiel aber hier ist kein Gras nirgendwo ja hier kannst du auch Gras mit einer Schere abschneiden hier und äh dem Pferd noch so hin halten ja ne weiß ich nicht hast ne Schere dabei probier's aus ne hab ich nicht bei leider kann ich Schafe auch so nehmen yo Schafe kann ich auch ziehen uääh du kannst alle Tiere ziehen du kannst alle Tiere ziehen das ist ja das praktische brauchst du nicht mehr irgendwie reintreiben so komm wir laufen einfach hier über die Schnee Ebene und gucken dann wo dann halt irgendwann was anderes kommt dann finden wir nicht mehr nach Hause und sterben und dann ist alles weg scheiß drauf so viel haben wir ja nicht dabei ja bei mir schon eigentlich wir finden immer nach Hause und findet immer nach Hause Alter hier finden wir niemals Pferde ja deswegen laufen wir ja bis zu nem Gebiet Alter wie viel Schweine hier sind Hammer krass ey Schweine haben wir doch gar nicht ne nein scheiß mir jetzt drauf komm wir später auf dem Rückweg wenn wir schon 3 Pferde an der Angel haben ja hast nur einen lass so übrig joo 4 Kühe auf einmal Schlagte Leder joo achte die eine Kuh ist unter unter Eis kommt nicht mehr hoch äh wie überleben wir jetzt die Nacht äh tja das fragst du mich ey die Kuh stirbt die ist ertrunken die Kuh ist ertrunken ich schwöre die hat 2 Leder gedroppt wusstest du dass du dir jetzt auch so Helme basteln kannst wo äh Wasseratmung ne Wasseratmung ist so wie Tauchereime ja ja das ist hammer dick kannst du unendlich lange unter Wasser bleiben ne ja alter scheiße jetzt wird dunkel wo sollen wir hin ja am besten weiter laufen und nach oben so ich bin oben du auch ja einfach weiter laufen oh shit weg geht er hast du Fackeln bei hast du Fackeln bei ich hab eine Fackel bei ich hab 18 dabei da könnten wir hier so einen Fackel weg machen wo wir hergekommen sind ja einfach irgendwo mal alter achte wie geil das aussieht wenn hier wenn hier alles dunkel ist und du packst hier so ne Fackel hin alter ja ja das sieht hammer edel aus ey einfach nur gerade auslaufen halt so stimmt essen sollte ich auch mal wieder da unten kommt ein Zombie an nicht schlagen alter sonst haben wir ein echtes Problem hier ja ja aber der schlägt mich deswegen muss ich ganz schnell auf den Berg rauf und da ist ein Skelett voll krass mit den Skeletten ne umso näher du kommst ey du hast fast gar keine Chance mehr die anzugreifen genau das ist ein Zombie die laufen die Skelette die treffen dich so oft hintereinander ne ja ja deswegen da da ist Waldgebiet setz mal hier wieder ein Pferd hin ach ne äh Fackel Joga setz mal hier wieder ein Pferd hin alter setz mal hier ein Pferd hin Kürbisse die sind hammer gelten ja sauber aber normalerweise wenn da ein Kürbis ist sind auch mehr Röwe warum hab ich hier nur eine oh Creeper ha 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 nein 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 wo bist du hingerannt? lauf dem Fackel nach ich seh keine nein dann bist du ganz falsch zwei Creeper hinter mir schlag sie kaputt ach da hinten da 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 ich seh ne Fackel ja sauber ich steh hier jetzt bei einer Fackel lauf immer dem Fackel nach hier ist voll viel Gras ey lauf immer dem Licht nach Junge alter hier ist voll viel Gras ich hab Pferde ich hab Pferde Junge ich hab Pferde vier Stück alter jaaa Junge sauber hier Alter ich weiß nicht wie ich dir jetzt zeigen soll wo ich jetzt bin warte ich lass den Creeper detonieren ja nein da bist du da bist du da 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 hier komm mit da hinten sind Pferde Junge vier Stück hier hier da oben auf dem Berg siehste jo ja Junge nein da ist ein Zombie Eis drauf schlag ihn aber nicht ja was soll man machen alter ja einfach die Pferde fangen und dann mit den Pferden laufen die hauen ab ne ne kann man nicht auch zwei Pferde direkt ziehen weiß ich nicht hab ich ihn ausprobiert komm mit du hässliches Pferd ja man kann zwei direkt ziehen ich hab zwei ja ja warte mach ich das auch sofort kann er das Lasso auch abreißen ne ne weiß ich nicht ja nicht dass ich jetzt auf halbem Weg bin und dann sind keine Pferde mehr da dran ja ausprobieren und kann ich damit ins Wasser nein die kommen überall hinterher wenn du das Lasso dran hast ja Junge ich hab zwei Pferde dabei yeah warte yeah fuck it yeah buddy ja ich hab jetzt auch zwei Pferde mit sauber Junge sauber wenn die nicht auf dem Weg sterben und so äh ich hab keine Pferde mehr warum keine Ahnung was Junge was soll das ich dreh mich um Pferde weg Junge hier kommt ne Spinne ich komm voll die fette Spinne angerannt ey hier sind meine zwei Pferde aber meine oh meine Lassos sind weg boah dieser hässliche Junge hilf mir mal hilf mir warte ah ich fäll grad selber an den Griffen der Fist hat meine ganzen Sachen und meine ganzen Pferde und alles und wir sind beide ich bin Fick dich sammel meine Lassos ein hol die Pferde Fick dich Junge ich hab dir gesagt lass bei Tag gehen wir sind ja auch eigentlich bei Tag losgegangen Alter das Skelett schießt dir auf die Pferde Alter das Skelett schießt dir auf die Pferde nein Junge ich bin fast tot Alter hier sind zwei Spinnen übertreib wie viele Zombies du darfst wenn du ein Lassos um hast nicht rennen wenn du ein Lassos dabei hast darfst du nicht rennen mach ich auch nicht ich bin ja ganz normal gelaufen ja du musst ganz normal bis nach Hause laufen boah Alter hier sind 1000 Skelette und Creeper nein ich bin tot ich schwörs dir bin ich auch fast da ist grad ein Creeper neben mir explodiert zwei Creeper Alter Skelett boah was und ich höre ein Enderman ich laufe die ganze Zeit nur im Kreis Alter ich will dass es endlich wieder weg wird Junge ich versuche mich hier irgendwie zu verteidigen aber das geht überhaupt nicht Alter nicht mehr